Na sieh mal einer an! Werfen wir mal einen Blick auf dieses Affentheater. Du musst wohl Amethyst sein. Und du gar nicht. Und Pink Diamonds Pearl. Aha. Also dich hat sie mitgenommen! Ist das nicht... Toll! Das kann nicht sein. Natürlich kann das sein. Und so ist es. Ich habe einen neuen Look. Und ein paar tolle neue Spielsachen. Um deinem glücklich bis ans Lebensende ein für allemal ein Ende zu setzen! Wow, das muss ein Missverständnis sein. Falls du es noch nicht gehört hast, ich habe dem Universum den Frieden... Ja, 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 ich weiß. Ich hatte deine kleine Botschaft ans Universum. In Dauerschleife! Und ich liebe den Teil, wo Pink Diamond den Rest ihrer Tage auf diesem Drecksplaneten verbringt. Mit einer Hause von Vollidioten! Ganz recht, ich habe die Story tausende Male gehört. Toll, jetzt treff ich endlich mal ihre anderen Freunde. Ganz recht, ich kenne das schon, doch das Ende hat mich sehr gestört. Toll, jetzt treff ich endlich mal ihre anderen Freunde. Hat sie erzählt von mir, was hat sie gesagt? Was habt ihr so gemacht, hab ich mich gefragt? Habt ihr auch was gespielt, etwa ohne mich? Dachtest du ganz im Ernst, ich find das nicht heraus über dich? Oh, ganz recht, ich hab die Story tausende Male gehört. Toll, jetzt treff ich endlich mal ihre anderen Freunde. Verdammt, sie spielt nur mit uns! Verschon mich, ich bin aus der Form! Sie ist es wirklich, aber das kann nicht ihr Ernst sein. Du kennst die Pearl? Kannst du uns sagen, wer sie ist? Wer bin ich? Wer bin ich? Willst du mich grad stressen? Ich hab unser Spiel verloren und du hast es wohl vergessen. Zeit für ein neues Spiel, diesmal gewinne ich. Riskiert das Spiel oder verlier? Los geht's, hätt ich oder nicht? Ganz recht, ich hab die Story tausende Male gehört. Toll, jetzt brech ich endlich mal ihre anderen Freunde. Oh, ganz recht, ich kenn das schon, doch das Ende hat mich sehr gestört. Toll, jetzt brech ich endlich mal ihre anderen, anderen, anderen Freunde.